Oh. Vereinbar. Feuerpause erneut. Gefechte gegeben. Oh, Apo, Apo. Du willst mich ficken? Oh, RTL. Scheiße. Naruto. Geil. Was schaust du da? Ah Bro, cool, dass du da bist, schau mit unbedingt, Naruto gegen Pain, epischster Kampf der ganzen Anime-Geschichte, es ist so geil, jetzt komm schnell, jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte. Es gibt so viele Perlen in der Anime und Manga Geschichte. Evangelion, Ephesien, davon schon was gehört, ich wünsche, dass du so'n Scheiß, Mann. Junge, willst du mir damit etwas sagen, dass es auch du Scheiße ist oder was? Ah, du schaust immer diesen Mainstream-Kack, fang ich mal an die guten Serien zu schauen. Ich und nur Mainstream? Das bedeutet Krieg. Ich mag beides nicht. Im Namen der Hentai werde ich dich nun bestrafen. Ich schaue dich nun. Was ist das? Tom! Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist! Komm raus! Ich werde dich finden! Tom! Wo bist du? Ich finde dich! Jetzt halt dich endlich! Komm raus! Hab ich dich! Nein! Es war ein gewaltiger Fehler! Naruto als schlecht zu bezeichnen! Uah! Oh Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020